Sucht euch zuerst einen Helden aus, der auf Level 2 massiven Damage macht. Ich wähle natürlich den Wukong. Erste Station, Red Buff. Holt euch am besten die Botlane zur Hilfe. Geht dann rüber zum Enemy Blue Buff. Und jetzt schnell zum Enemy Red Buff. Und jetzt mit so einem riesen Vorsprung müsst ihr Snowballen gegen die Lanes, was das Zeug hält. Geht dann rüber. 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 Untertitelung des ZDF, 2020